Was sind eure aktuellen CSGO-Ränge? Unranked. Zumindest ich spiele, wir spielen ja im Team, ich glaube die meisten vom Team spielen nicht so viel Wettkampf, also das CSGO-interne Matchmaking, sondern wir spielen ja halt Drittparty-Plattformen halt Faceit. Seid ihr da dann aufgestellt? Da hast du ja so ein Elo-System, was von Level 1 bis 10 geht und ich bin Level 8. 10 ist glaube ich Global, ne? Also so vergleichbar? Ne, 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 ne. Also 10 ist schon deutlich besser als Global. Du bist so bei 7, 8, bist du so in Richtung Global. 10 ist schon, also wenn du 10er bist und du sagst, ob du mehr Punkt hast, das ist ja normale 10er, dann bist du schon echt deutlich übernimmt Global. Definitiv. Ich bin Matchmaking auch Global, aber ich hab den schon so lange in den Rank, dass es halt mittlerweile eigentlich nichts mehr aussagt, weil ich den halt einfach nur einmal pro Woche spiele, Matchmaking, dann halt den zu halten. Da erwische ich auch teilweise Leute in den Matchmaking-Games, wo ich mir so denke, holy shit, wie haben die es überhaupt geschafft, die Computer zu starten? Also da frage ich mich teilweise, wie Global so funktioniert, wenn man das sieht. Aber ja, so ich finde auch so Facet oder eSport zum Beispiel ist auch so eine Seite, da diese ganzen Elo-Systeme sind viel besser durchgedacht, weil du kannst ja viel besser so einschätzen, wie gut jemand ist, wenn er halt nur packt und dann halt so und so viel Elo hat. Und du hast meistens auch bessere Server. Ja, das ist meistens auch. Und bessere Stat-Übersichten, also du kannst dann auch die ganzen so Hedgehogs-Standage und sowas sehen. Ja, das habe ich auch. Faceit. Wir auch ab und zu mal Faceit. Ja, muss doch mal sein. Ähm, habt ihr denn noch was, was ihr erzählen möchtet? Wir können ja mal mehr Werbung machen. Nächste Woche ist ja wahrscheinlich unser erstes Match, erstes Spieltag in der Nightland-Damage-Liga. Ja, da wolltest du ja auch casten. Richtig. Genau. Wenn es dann klappt, da freuen wir uns schon relativ drauf. Wir sind alle relativ heiß auf die neue Season. Oder, David? Totally. Nee, schon. Langsam wird es mal wieder losgehen. Es ist ja bei uns schon in den letzten Wochen verschoben worden, weil der erste Spieltag sozusagen nicht gefüllt werden kann, weil halt ein Team weniger in unserer Division ist. Ja. Genau, also wir sind jetzt schon auf jeden Fall heiß. Und nicht vergessen, auf diesem Kanal wird das übertragen. Schaut hier. Ach, Schuh, das hab ich ganz vergessen gehabt. Aber jetzt müssen wir doch richtig krasses Gameplay zeigen. Ja, schon. Ach. Also B würde ich einfach noch peeken stellen und gucken ob die pushen. Einfach sonst zurückgehen. Einfach zerfetzen. Ich hör nichts. Votier mal B, Alex. Einer Mexiko. Kann man auch flashen. Du könntest dann rumziehen, wenn du sneaks. Einer ist auch noch C-Stair unten. Ob der andere kommt. Kommt ja. Aber was mehr noch mehr? Hab der noch. Oh, schön. Auch einer Bombe. Ja. Am besten zu lange verstecken wir wirklich das so. Was? Verstehe ich. Jetzt. Nice. Drei Kills. Nice. Ja, David, geh vor mit 8 HP. Auf geht's. Was hat ne Smoke? Nee, was keine. Ach. Jan. Also, äh. In einer Reihe, ne? Das hab ich gemerkt. Uncollateral. Rechts, rechts. Rechts. Ich stand sogar so offen. David. Das ist mass. Aber wie sollt das? Da kommt die Nerven. Ist jemand da? Hallo? Aber jetzt wird sich grad trinken. Ah ja. Ich seh's schon. Man braucht schon Alkohol für das Matchmaker. Es gibt auch Getränke, die nicht alkoholisch sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Nein. Können wir uns eigentlich im Streamen? Ja. Nee, ach nee. Doch. Ich hab's ja im Stream gesagt. Ich glaub zwei HP, zwei HP. What shit. Ach komm, willst du mich ver... Ah, shit hat nen Hit auf jeden Fall. Ach, leck mich. Ey, nee oder? Nein David. Alter, das geht's nicht oder? Wo bist du denn gestorben? Ey. Hab's doch. Ich hab's doch. Ich hab's doch genug. Uff. Ach. 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 Natürlich zieht der weit raus. Ferrari Peak. Mann Kack ey. Das kommst du denn hier aber nur... Ey, du musstest meiner Rechtsschauen jetzt. Da bin ich gestorben. Man. War hinter der Ecke und der Mono kam rein und ich dachte mir so... Nee, nee. Das ist völlig... Ich hab's doch gedacht. Ach. 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 Untertitelung des ZDF, 2020